was ist wongskritt money money ein grill aus gold ist bereits bestellt ach silberne nur oh mein gott was für loser oder der schwankst der essen also wow ich bin nicht sicher was ich gesehen aber es war gut hm huh we're back what are you talking about now your spirit shouldn't be broken yet the peacekeepers will take care of you we have all the time in the world oh shinigami shinigami where are you nothing here has changed what's going on shinigami are you listening geistie get him wait i know who the culprit is what it's zilch he's still alive he framed me what are you talking about he's already dead nah nah but shut up this is not up for discussion what a waste of time take him away shinigami where did you go this isn't what's supposed to happen i'm right here you're so cute when you panic so why had to enjoy the view for a bit stop playing around why hasn't the situation changed at all he must be hallucinating taking him down shouldn't be a problem take him away wait what he's dead looks like it's over huh what's over shinigami what's going on there's always a price to pay when i read the soul of the true culprit the mystery labyrinth created by the culprit is destroyed mhm but as a price the source that created the mystery labyrinth also perishes what the source perishes don't tell me that's right the true culprit dies todesstrafe okay that's just aber blöd hä woher und woher wissen die das hä there's nothing happy about this zilch died because i solved the mystery right huh he was a dangerous murderer who killed four master detectives he deserved to die da also ja das ist auch i mean i don't think i'm completely free to go not even with zilch being dead also ja da kann man drüber streiten aber in that case say exactly what i'm about to tell you to that gilded idiot over there okay aber wie also wie beweist das jetzt meine unschuld swank did you just receive a report that zilch was dead how did you know that i thought so if he was alive until moments ago that changes things about this case aber warum stimmt er einfach someone who died in front of our my eyes was alive this is clearly an attempt by the culprit to disguise the truth don't tell me the peacekeepers lied to try to cover up what really happened you didn't try to frame an innocent person did you what what you think you can weasel your way out of this you better not forget you're in khanai ward now you're powerless before the might of the amaterasu corporation no i didn't mean hey don't surrender so easily you were so close that does it you're under arrest 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 you got no right to remain silent and you got no right to call a lawyer either why you're under arrest that's unheflich oh wait hold on hold on just a second excuse me do you have a minute wer bist du? warum hast du Blut an der Hose? it's all good let's stop all the fighting we both have to follow orders from the higher up so let's not do anything that causes unnecessary tension den find ich gut wer ist das? falsifying evidence and testimonies is a drag when it comes time to do the paperwork right it's tough keeping things consistent just forget about all that and leave it to me yeah you know i saw that the true culprit was alive and well just a bit ago what if you let us go i'll cook something up in my report to the world detective organization you don't want trouble right? if the WDO floods this joint because of you your punishment might be kind of brutal so you know what to do leave things well enough alone as they say let's go hey, jetzt lasst mich los danke der muss cool sein der hat diese Mini-Brille auf das ist in Anime immer so ein richtig krasser Dude thank goodness that worked out wer ist er? wer ist er? wer ist er? kann ich da wieder rein? schade was er zum abschied verborgen? ja 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 hi 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 ähm der ist echt lauter Typ wer bist denn du? stell dich erstmal vor, ja? dankeschön du bist Yuma du bist Yuma Yuma Coco Head ja aber wer bist du denn? ich bin und du bist? ich bin Yaku Furio Yaki wie Rosi wieder? ich dachte Yaki wurde umgebracht voll die Furie ey ich bin ich bin in Kanai Ward einfach ein WDO ich bin der Direktor der Nocturnal Detektiv die einzige Detektiv in Kanai Ward also nur zum Verständnis die anderen die anderen also die anderen Toten das waren doch auch meine Verbündeten also wieso endlich treffe ich einen Verbündeten? hm ich wirklich verstehe es nicht wie sie das geschafft haben auf Twitter die haben halt so viel von ihren Synchronsprechern und ihren Charakteren gezeigt und es war ganz viel von denen die einfach 5 Minuten gelebt haben und danach nur noch Leichen waren ich verstehe nicht wie die einen so an der Nase rumführen konnten die kommen aber nicht wieder die kommen nicht wieder da kommen jetzt neue hundertprozentig also ich meine es gibt ja noch ein paar Charaktere aber die waren halt so wahrscheinlich weil sie einfach am unwichtigsten waren wirklich? er ist sicherlich nur ein interessantes mitteljähriger Mann oh by the way don't tell anyone about yours truly you might have forgotten but our secret is included in the contract it'd be terrible if you broke this rule to be exact your whole body would be drained of its blood okay I won't tell anyone well even if you did they'd just assume you're some crazy person okay shall we oh by the way I like to hear the details about this incident natürlich right wieso vertraue ich ihm kann auch jeder behaupten dass er also von der WDO ist mit sieben Sekunden das kann sein mit sieben Sekunden das kann sein mit sieben Sekunden das kann sein nada khanai ward is a dead zone nada es ist land auf oh das seht ihr gar nicht hinter mir nada das ist koreanisch und heißt land nada thanks to all that tight closure nobody's using this fancy station at all nada nada ha 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 do you say no one you show a lot of promise considering how you handled that Amaterasu trouble I was scared to be honest I don't want to deal with them if I don't have to the thing is the peacekeepers always antagonize detectives as a basic rule never look them in the eye they're always itching for a fight kinda like mad dogs haha right Amaterasu corp doesn't want the unified government or the WDO meddling in their matters I even caught wind of them hiring a hitman a hitman a hitman they plan to wipe out any master detectives before they enter khanai ward the result of which is this Amaterasu express massacre so zilch was actually a hitman nope there was a real master detective named zilch he was murdered beforehand and he used as a disguise I have so lust die übersetzung ja knirch war ein killer also ja ich weiß halt Auftragsmörderer meinen sie eher also aber also echt der war ein Mörderer also ich weiß nicht aber die vier Leichen vielleicht hätten die eine Fährte sein können also dass man da früher drauf gekommen wäre aber ja gut wie wir eh denken das war unfall hm klopp auf Kabelbrand hm hm mhm 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 W- wieso hast du dafür angemeldet , die mich ne klopft und das ist getötet warum ist das ein also nö wieso das war eine reale zuge dann das die die amaterasu express 掰 auch das macht sechs die 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 Ich lasse sie mal kurz für euch, ja. So, reicht. Tani, nicht Äste in Haare. Das verfängt sich, das tut richtig weh. Das mag sie nicht, glaub mir. Man, hallelujah, it's raining, man. Die Äste sind kein Problem. Hm. Naruto? Bist du es? Das ist der Mann. Das ist mir. Kapitel 0, Massaker im Amaterasu-Express. Ende. Wow, wir haben Kapitel 0 endlich zu Ende. Hat auch nur 500 Stunden gedauert. Let's go. Sobald der Täter platt gemacht wurde, wirst du belohnt. Je nachdem, wie gut sich der Meister im geheimen Labyrinth geschlagen hat. Du erhältst eine Belohnung für jede Gesamtbewertung zwischen, äh, also Doppel-S, schwierig, also Doppel-S, C, äh, bis C. Du erhältst nicht nur eine Belohnung für deine Bewertung, sondern auch für jede darunter. Also versuche möglichst gut abzuschneiden. Also ich habe zwar Hirn, aber keine Ausdauer. Hm, ja, beschreibt mein Schulleben. Sport 3, ich habe es gesagt. Sport 3, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt, ob ich nicht auf alles zielen muss. Lärm zerstört plus 5. Also da war ich gut. Shinigami-Puzzle, let's go. Naja, Ausdauer, Schmausdauer, sage ich immer, ne? Ich spreche das einfach mal da drüber. Äh, hier. Oh, da haben wir ihr Bild. Schlaf gut, Elli. Träum was Schönes. Puzzle. Ich kann sehr gut puzzeln, ja. Da bin ich sehr gut drin. What's that? Hey! Wenn du deinen Hausboden so ableckst, dann kriegst du deine Haare wieder in den Hals und dann musst du kotzen. Und wenn du kotzen musst, find ich's blöd, weil dann muss ich's wegmachen. Oder hab ich keinen Bock drauf? Prolog. Was? Ich dachte, das war der Prolog. Stimmt, eigentlich bei WDO muss ich ja an Wardo denken. Dominik, ist das deine Organisation? Ja, eine Minute. Er hat ein Auge auf der Brust, das finde ich sus. Der wendet gleich, ich sag's euch. Verlassenes Gebäude, doch. Was für eine riesige Stadt, vielleicht liegt es am Regen, aber es ist ein wenig unheimlich hier. Oh, oh. Was? Ca, ho, pa, hun, ko. I, no, my, I, no, my, No, my, no, my, no, my, no, my, my, no, my, no, my, my, no, my, 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 my. Mortadella, ela. Power-Simulator. Tatkräftig unterwegs. Und dann nun dort die Achievements. Power-Simulator. Immer noch so ein Rätsel für mich, das Spiel, ne? Warum macht das euch Spaß? Ich sehe das und denke mir so. Aber irgendwie mögen es alle. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Und nochmal danke für den Rate. Ich danke Poli fürs Abgriff. Danke, Luki. Dankeschön. Dankeschön. Ist das Berlin? Also wenn das Berlin wäre, ja? Dann wäre es hässlich. Und würde stinken. Und das sieht sehr sauber aus. Und sehr hübsch sieht das aus. Also, das kann nicht Berlin sein. Hallo. Also der Rasenmäher-Simulator, der ist ja noch schlimmer. Irgendwann Power-Wash. Ich sag's, irgendwann, irgendwann probieren wir Power-Wash-Simulator aus. Und wehe, wehe, ich werde da nicht süchtig. Wehe. Was läuft denn da unten? Dieses grüne Ding? Ich liebe die Sicht der Stadt von hier. Oh nein. Es ist wie, wir sind immer genau auf der Brink des Dawn. Nicht Dusk? Obwohl, dankbar zu ihnen, der reale Dawn will never rise here. Ja, Final Fantasy VII Power-Wash. Ich muss das machen, ja. You mean, I'm a Tarazi Corporation? Also, Tiefmanns motivieren mich mehr als das Waschen selbst. Ja, das Waschen, da kriegt man doch einen Krampf im Finger, oder? Vom dauernd runterhalten, oder? Weil Final Fantasy VII hätte in jedes Spiel gekonnt. Hausbilder. Ich hätte einfach Midgar bauen können. Von mir aus. Aber warum nehmen Sie Power-Wash-Simulator? Jeden Simulator hätten Sie nehmen können. Aber genau den nehmen Sie. Ella, Ella. Sie wissen, was ich meine, oder? Kind of. A while back, unsere Detective Agency used this building. Aber wir wurden ausgedrückt wegen einer Konkratz-Dispute. Der Verkauf hat, dass die Building aus den Detektiven nicht so gut gemacht hat. In Kanai Ward, Detektives nicht mehr haben ihre eigenen Offen. Really? Ich weiß nicht, was die WDO denkt, aber ich möchte diese Stadt nicht verändern. Es sollte so sein, wie es ist. Es braucht etwas Frieden und Frieden. Das ist deshalb, diese Zeit, ich will keine Probleme. Es ist nicht leicht, zu negatieren, mit diesen Leuten zu sprechen. Um, ich habe gehört, dass Kanai Ward viele nicht verletzt. Die Geräusche sind ein Teil der Daily Noise hier. Sie sind ein bisschen wie die Kirche-Belle, die die Sonne bemerkend sind. Wenn jemand in diesem Gebäude schreit, jemand in der Stadt schreit. Aber wir können nicht nur den Mann, der schreit ist. Wir können nur ein Handwerp für die Schmerzen, bevor wir schreiten, schreiten. Na ja. Alt. I was rather popular with the ladies. You may think that means I'm no longer so popular. And you'd be right. The rain, it never stops. Does it rain often here? Oh, this stuff? Fatalists would tell you that all rain must come to a stop. Aber für die letzten paar Jahre, die Räume in unserer Stadt hat nicht geblieben. Für Jahre? Ja, Jahre. Es begann um, oh, drei Jahre vor. Weird, huh? Thanks to that, we have no need for weather forecasts. Eine Stadt, wo es immer regnet. No wonder things are so dark and damp here. The rain sure has changed things around here. Both the city and the people, too. Supposedly, there's something in the rain that messes with our bodies and the environment, but it's all hearsay. No one knows why the rain never lets up, but it probably has something to do with Amaterasu. Kanaiward, it's such a bizarre place. Bizarre, huh? You're not gonna make it here if you find this shocking. You'll be seeing a lot of strange things in this city, I'll tell you that much. But there's no need to overcomplicate things. Everything is just an illusion in the rain. Just think of it that way and you'll be fine. Trust me, it's easier this way. Is it? Well, now that I've finished showing you the town, let's head to the agency. I will also in Regenmütze wie er. This place. There's a lot more to it than I thought. This is practical. Hm? What do you mean? Oh, it smells so good here. It's like there's a florist on every corner. Really? I don't see any florists. I didn't mean it literally. To me, nothing smells sweeter than the stench of death. The stench of death? Jetzt lass sie, du weißt wie sie ist. There are gruesome Mysteries all over this place! It smells so lovely. That sounds so ominous. Need us to go. Hey! The elevator's here! I'm right! Coming! Okay. Let's go! Now then. Komm schon, lass uns runtergehen. Yes. In Ordnung. Kein Grund so nervös zu sein. Hier ist sowieso nichts gefährliches. Warte kurz. Hm? Kommst du nicht? I totally get it. It's fun to say no at least once, when you get choices like this. Ja, und vor allem, warum kann ich nein sagen? Es muss ja irgendeinen Grund geben. Hm. Jetzt hab ich's ja schon angeguckt. Genau. Was für eine riesige Stadt, vielleicht liegt es am Regen, aber es ist ein wenig unheimlich hier. Schade, nicht nochmal 10 Punkte bekommen. Ja, dann können wir auch weitergehen. Now then. Yes. Ja, ja. Ich bin bereit. Autonome Sonderzone des Karnai-Bezirks, okay. Aua. Aua. Oh, ich fühle mich. Äh. the busiest and messiest place in all of Ganei Ward. In other words, it's a lively area. Ich bin so langsam. Ich will da rein. Was ist das? Ich habe das Gefühl, ich soll nicht. Also ich glaube, ich soll noch nicht rumlaufen. Ich glaube, es kommt noch. Weil ich bin so langsam, dass es so... Oh. Ich habe das Gefühl, dass es so gut ist. Ich habe das Gefühl, dass sie ein guter Drainage haben. Sie sehen? Es gibt eine Drainung, die zu einer Pfeil über da. Das ist das, was mich auszüttet. Ich habe das Gefühl, was passiert, wenn meine Kutzen in da sind. Hey, da ist ein Klown im Zewer, stößt dich an! Oh, ein Klown! Ja, ha, ha, ha! Major luck! Puh! Ruttlich bezirbt. Let's go! Ich will da rein. Hallo? Ich drück nur nach vorne. Oh, interessant. Aber jetzt könnten Dinge anders sein, seit ihr alle hier seid. Huh? Alle? Mann, die verschwinden immer. Emo. Erkenn ich. Herr Detektiv, du willst mich abschlachten irgendwo, oder? Oder? Langsam wird's, also... Ja, ich habe ein Gefühl, Dinge wird ein bisschen stoffy, zu gehen. Okay.